Hallo und willkommen zurück bei einer Runde Planet Cooster und man sieht es, ich bin immer noch in der Aufnahme. Jetzt wollte ich das bloß kurz mal angucken, weil das sieht echt cool aus. Sollten wir hier so ein riesen Hotel hinpacken? So in die Ecke dann später? Mal gucken. Wir haben ja heute ganz andere Pläne. Und zwar wollen wir hier ein... Oh Gott! Computer! Und zwar wollen wir hier ein... Ach nee, ich will die anderen... Oh, was ist das für ein... Ja, das ist das, was ich gebaut habe schon. Das dachte ich mir gerade, hä? Aber das werdet ihr erst in einiger Zeit sehen. So weit sind wir nämlich noch lange nicht. Das ist bloß was, was mir im Kopf im Prinzip rumgeschwirrt ist. So, wie wär's? Wir machen... Das hier. Das ist einmal... Das hier. Und... Eigentlich bräuchte ich noch sowas da. Ja, das machen wir jetzt damit hin. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt was zu essen und was zu trinken und eine Toilette. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch fehlt, ist ein Geldautomat. Können wir den? Die Taste wollte ich die... Wir könnten ihn damit hinbauen. Wir setzen einfach... Gleich die Bänke ein bisschen um. Denken, obwohl wir könnten sie lassen. Ähm, ja. Wir... Gehen auf Gebäude. Das Spielchen kennen wir ja schon. Baumaterial. Metall. Hier. Always the same. Und das muss ich zugeben, durch das, dass ich, ähm... Ja, ich hab im Prinzip grad vorhin das gebaut. Ähm. Weil ich ein bisschen Bock hatte zu bauen und nicht nur zu spielen. Und das hilft auch, dass ich ein bisschen zügiger... ... und ein bisschen sicherer bauen werde. Also, dass wir das... Und das hab ich jetzt sowieso schon ungefähr... Um... Keine Ahnung. Sehr oft gemacht. Sehr oft gebaut. Hm. Hier machen wir eine Halbwand. Hier so eine. So. Und ich habe gelernt, es gibt sowas wie Überwachungskameras. Kann ich das... Das machen wir gleich extra. Fand ich auch sehr interessant. Das wusste ich nämlich vorher tatsächlich nicht. Und automatisch stapeln. Wir wollen es aber gedreht. Genau so. Dann wollen wir... Das müsste das hier sein. Ach komm schon. Gut. Dann nicht mehr automatisch stapeln. Dann mach ich's wieder per Hand. Und... Zack. Zack. Vielleicht bauen wir hier auch noch ein Personalgebäude mit hin. Dann haben die nicht so weit zu laufen. Hier, herrüben. Ähm. Wo waren die Halbwände? Da waren die Halbwände. Ja, man merkt's nicht. Ich bin sehr enthusiastisch momentan. Und wir machen... Könntest du das bitte... Nach... Unten? So. Genau. Wir machen jetzt im Prinzip einen Hinterhof mit. Halt. Halt. Das war falsch. Rückgängig. Wir wollen's da rein. So. Das machen wir hier zu. Da packen wir nämlich jetzt das Personalgebäude rein. Dann packen wir das hier da rein. Und da hab ich einen falsch gesetzt. So. Gehst du weg. Den bitte nochmal verschieben. Perfekt. Wo ist das Personalgebäude? Ähm. Personalverwaltung. Ich überleg' gerade. Wenn ich das diagonal hinstellen würde, könnte ich das... Ne, kann ich nicht. Und wo ist der Eingang jetzt gerade? Hier. Ähm. So. Wir versuchen das jetzt mal kurz mit... Hier irgendwo zu verknüpfen. Mit einem natürlichen Weg natürlich. Mit einem schmalen natürlichen Weg. Oh, 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 oh. Ne, 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 ne. Wir machen das Ganze kürzer. Ich hätte den Baum erst später setzen sollen, tatsächlich. Ich kann ihn gar nicht mehr schmäler machen. Okay. Vielleicht probieren wir es einfach von der anderen Seite. Ja, gut. Es geht ja bloß drum, dass sie im Prinzip da... Ne, 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 ne. So. Da entlang gehen können. Also der Weg ist doof. Ich mag ihn nicht. Der Weg ist noch beschissener. Können wir das da innen drin mal einfach kurz noch mal... So. Wir könnten das auch so gerade daher machen. Wir müssen da gleich noch was machen. Das würde gehen. Theoretisch. Oder... Wir nehmen das hier... Ähm... Gebäude bearbeiten... Und setzen das da rüber. Na gut. Ich glaube, ich mag es so lieber. Es gefällt mir besser. Dann gehen wir kurz ein bisschen bei der Farbe rein. Farbe malen. Gras. So. Größe. So ein bisschen ausgetretener Weg. So ein bisschen... Da laufen halt immer ein paar Leute umeinander. Finde ich auch vollkommen legitim, dass das so ein bisschen ist, dann. Und da wachsen halt ein paar Blümchen. Ach, das kann ich so wieder nicht wegmachen. Fantastisch. Die Ecke stört mich. Ja, ich glaube, das ist eher bei Gebäude drin. Boah, ich hoffe, wir nehmen genug ein für... Wie sieht es eigentlich hier jetzt... Ja, endlich stehen ein paar Leute an. Ähm... Sonst können wir nächstes Mal vielleicht doch nicht... Hm. Wir machen hier auf jeden Fall nochmal eine Mülltonne. Wieso habe ich jetzt wieder eine andere? Hm. So, ähm... Wir müssen hier auf jeden Fall auch ein Dach drauf machen. Theoretisch könnten wir... Ähm... Bearbeiten. Ah, es dauert immer so einen Moment, bis das umschaltet. Wir könnten sagen, wir packen das hier... Och, Baum, du nervst. Wir packen das hier daher. Kopieren uns das hier. Packen das daher. Ah, nein, das geht nicht, weil... Oh, haben wir hier irgendwas? Wir könnten das hier nehmen. Das würde doch... Ne, das würde auch nicht gehen. Okay, rückgängig, rückgängig, rückgängig. Obwohl... Sieht das da besser aus? Sieht beides doof aus. Wenn ich ihm das da drauf packe... Ja, gut, kann man machen. Dann machen wir das Ganze so. Das hier brauchen wir... So. Und dann brauchen wir... Brauchen wir das da hier? Y. Dann nehmen wir... Szenerie. Wildblue hat ein technisches Problem. Yay! Ganz ehrlich, Mann, so viele Sachen sind kaputt. Palastrone, oh, das wird bestimmt auch noch cool. Ähm, aber da... So weit will ich gar nicht. Haben wir hier... Nö, wo ist das dann drinnen? Requisiten vielleicht? Nee. Wo ist denn das drin? Ähm, Mina. Keine Ahnung. Requisitentyp... Lager? Nein. Natur, Tod, Studi-Set, Friedhof. Hm. Okay, ich hab keine Ahnung. Ich weiß bloß, ich hab's schon mal gesehen. Wo bist du? Wie auch immer du heißt. Da! Recycling-Container. Natürlich, ist es ein Container. Hätte ich ja drauf kommen können. Ich will diese Ecke trotzdem noch ändern dann. So, ich möchte nämlich hier so einen kleinen Recycling. So. Ich überlege gerade, sollen wir das komplett überdachen? Ja, das müssen wir komplett überdachen. Natürlich müssen wir das komplett überdachen. Weil da kommt ja oben die Achterbahn. So, jetzt komm ich bloß nicht mehr an das Personalgebäude. Ich wollte ja gucken, wie das jetzt szenarietechnisch aussieht. Ähm. Szeneriestatistik. Machen wir das kurz fertig. Dann einfach nur, dass ich drauf... Oh Gott, das ist so schlecht. Gut, ähm. Das heißt, wir müssen doch nochmal unten rein. Das heißt, wir machen das rückgängig. Und machen das... Ups. Machen das hier ein bisschen hübsch. Ein bisschen hiervon. Wir wollen ja schließlich, dass sich unsere Mitarbeiter... Wohl fühlen. Ein paar Steine. Äh, ich würde den geil... Äh, Felsen. Der ist, glaube ich, zu groß, selbst wenn ich den... Ähm. Obwohl... Es könnte wirklich etwas besser aussehen. Ich bin gerade dabei, das ein bisschen hübscher zu machen. Ähm. Aber wir könnten dich fortbilden und dann... Ein bisschen mehr verdienen lassen. So. Dann gehen wir auf den Popbüsch. Diese Ecke nervt mich. Sorry, ich will diese Ecke weg haben. Ähm. Haben wir hier irgendwie so ein... Metallpfost? Oh. Oder wir machen sowas hier. Kann man das hier anders... Mit ranfügen? So. Ja, kann man machen, oder? Jetzt machen wir hier auch noch so ein, damit das auch ordentlich aussieht. So, als wäre das alles so absolut gewollt. Theoretisch, ja, wir könnten hier und hier drüber und das da so lassen. Das wäre, finde ich, auch okay. So, aber dann gucken wir mal weiter. Was gibt ein gut Szenario? Ein bisschen Licht brauchen wir natürlich. Beleuchtung. Oh, mach den Metall mal aus. Machen wir hier einen. Hier einen. Und Okay. Und dann doch hier an der Ecke. Drachenlampe. Oh, die ist so cool. Ich freue mich so, wenn wir das Zeug einsetzen können. Es wird vermutlich eine meiner Lieblingsecken sein. Oh, der ist so groß. Ich dachte, der ist klein. Oh Gott, der ist noch größer. Ähm, das ist eine Wasserpflanze. Das Problem ist, ihr geht hier drin alles kaputt, weil ihr keine Sonne bekommt. Ihr dürftet theoretisch da drin nicht einmal wachsen. Außer das da. Weil da lassen wir ja offen. So, dann Petunien. Ich pflanze einfach bam, diesen Busch da hin. Und Oh, die Rosen wären auch schön, aber mhm. Dieser komische Laubbusch kommt da hin. Und, ups. Äh. Und kommt da hin. So, wir machen mal kurz Gebäude fertig. Einfach nur, damit ich kurz sehe, wie das aussieht. Immer noch nur 25%. Wie kann das sein? Ich will irgendwas, was, ähm, was macht ein Was macht guten Oh, ich packe ihn Fernseher hin. Der macht doch bestimmt. So, so. Keine Ahnung. Okay, das wäre ein kleiner. Das ist direkt an der Wand. Das finde ich cool. Dann machen wir das nochmal zurück. Jetzt will ich bloß wissen, es bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Ähm. Das würde wahrscheinlich auch nicht wirklich was bringen. Ähm. Das würde wahrscheinlich auch nicht wirklich was bringen. Ich hab, ja genau, ich stell euch sowas rein. Wird mir das eigentlich irgendwie angezeigt, was besonders beliebt ist? das ist ja auch nicht so. Also, es ist richtig viel zu tun. Und das ist ja auch ein großes Glaube ich. Das wäre okay. Das ist ein bisschen groß. Das ist auch ein bisschen groß. Ja, offiziell bin ich gerade pleite. So, wir machen... Zack. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich wollte eigentlich und ganz offiziell das Ganze ein bisschen drehen. Gut, also wie es aussieht, können wir jetzt, weil ich, keine Ahnung, weil alles schief gelaufen ist, nicht das machen, was wir eigentlich machen wollten nächstes Mal. Das passt halt irgendwie so... Lustigerweise passt das irgendwie rein und irgendwie auch nicht. So, ich will das irgendwie so... Achso, nee, das ist schlecht. Die Positionsausrichtung ist auch schlecht. Könnte ich jetzt bitte diesen... Hallo? Ach, dieser Busch ist nicht im... Der ist nicht im Gebäude direkt integriert. Oder allgemein die Büsche. Gut, ähm... 28%. Betrieb. Wir machen die Kapazität einmal hoch auf 8. Und machen dafür Unterhaltung mit rein. So. Ich mag ihn, er ist mir sympathisch. Wow. Okay, ähm... Beleuchtung. Haben wir eigentlich schon Schilder mit Werbung? Denkt ihr, das bringt? Ich muss was testen. Warte, nein, ich glaube, wir haben Pizza da. Ja, wir haben Pizza da. Pizza! Wer will Pizza? Ähm... So. So. Was? Was machst du, Pizza? So. Ein schönes, leckeres Stück Pizza. Eigentlich wollte ich das aber so machen. Genau. So. Ich will wissen, ob wenn ich da vorne was ändere, ob das hinten auch was bringt im Prinzip. So, wir machen hier das Schild. So. Ähm... Was war das? Pipe Shot. Okay, jetzt pass mal auf. Wir machen dir gleich einen neuen Dienstplan. Ähm... Wenn wir das andere gebaut haben. Ich will das nur schnell fertig bekommen. Ähm... Ich höre gleich auf. Äh, 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 ähm... Was genau ist das? Pipe Juice. Energy... Kaffee... Pipe... Hier, Saftpackung. So. So. Erstmal beworbene Ziele festlegen. So ungefähr den Teil. Bestätigen. Machen wir hier auch. Beworbene Ziele fest. So, den Teil. Weil... Das ist nicht ganz so vieles, was da mit drin ist. Dann drehen wir das noch. Ähm... Hier bearbeiten. Ich wollte das noch ein bisschen... So drehen. Und ein bisschen so drehen. Ja. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Und jetzt will ich nur schnell gucken. Ich will nicht mehr bauen. Ich will nur gucken. Das klärt's dann. Wir... Bauen unser Dach. Kopieren. Und... Perfekt. So, ich kann hier hoffentlich immer noch auf das Personalgebäude zugreifen. Kann ich. Kann ich? Ja, kann ich. Also, ich will ja nicht bauen. Ich will ja nur kurz... Sehr schön. Ähm... Dann erstellen wir schnell einen Dienstplan. Oh, Forschung. Anzeigen, Forschung. Digi-Gi. Und Forschung. Anzeigen. Ein Restaurant. Ein Servicegebäude. Und dann haben wir Miskuri erforschen. Erforschen mal langsam. Ähm... Sekunde, ich höre gleich auf. Ähm, 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 ähm. Was wollte ich machen? Personal. Dienstplan. Neuen Dienstplan erstellen. Wir packen... Ja. Ähm... Dienst... Ähm, ähm, ähm... Formen... 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 Eck... Zwei. Ich will hier wieder mein Bindestrich und das Groß. Arbeitsplan speichern. Und da packen wir ja nachher das andere mit. Du kriegst jetzt, pass auf... Für alle Läden... Passt. Aber es geht mir ja um diese Dame. Um diese Dame. Ähm... Du kriegst... Du solltest hier überhaupt nicht arbeiten. Ah... Wir brauchen noch ein paar... Stopp. Eins... Zwei... Drei. Ihr seid nämlich jetzt die drei. Pass auf. Nein. Dich will ich. Nein. Dich will ich nicht. Ich will den Typ hier. Stopp. Du hast das hier. Du hast ebenfalls das hier. Und du hast ebenfalls das hier. Und du... Gehst bitte dahin arbeiten, wo du eigentlich hin sollst. So. Was ist mit dir? Du solltest eigentlich auch ganz woanders da sein. Nein. Bleib hier. Na gut. Wir lassen es hiermit für heute enden. Und so wie es aussieht, können wir das nächste Mal doch nicht das machen, was ich eigentlich wollte. Also die Achterbahn weitermachen. Aber das habe ich schon am Anfang gesagt. Wir werden versuchen, nächstes Mal hier noch ein bisschen Szenerie, also Formenszenerie reinzubringen. Und theoretisch wird wahrscheinlich eher hier herüben... Ja, und da vorne wollte ich auch noch so ein... Vielleicht kopiere ich den Kasten einfach und packe einfach anderes Zeug rein. Es wäre einfacher. Denke ich. Ich glaube, das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. omin